Hallo und herzlich willkommen aus dem Lager einer Spielebude. Heute hat Age of Sigma die vierte Edition, ihr Vorbestelltag und wir haben für euch wieder ein richtig, richtig großartiges Bundle, bei dem ihr neben der Skaven Tide Box auch noch ein super cooles Gelände zum Riesensparvorteil bekommt, wenn er das Ganze als Mega Bundle heißt es glaube ich, genau, euch gönnt. Da haben wir in dem Bundle nämlich neben der Skaven Flute Box die Geländeplatten, die bei Age of Sigma von den Größen her genauso vorgesehen sind aus unserer Druckerfahre. Wir haben schickes zusätzliches Gelände, was auch noch ideal passt zu den ganzen Platten hier, was ihr dann modular allerdings auch noch umstellen könnt und natürlich passen diese Platten auch wunderbar zu dem Gelände in der Skaven Tide Box. Und wie ihr sehen könnt, haben wir unsere Store Präsentationsversion hier vorne schon aufgebaut und sind auch da schon angefangen zu bemalen und zu grundieren. Das heißt, die ganze Ware ist vor Ort, sodass es zum Launch überhaupt keinerlei Lieferverzögerung gibt. Ja, bekommt das Ganze natürlich bei uns im Laden und hier unten im Webshop und viel Spaß beim Ordern.